Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Info-Video von mir. Und zwar möchte ich ankündigen, dass jetzt leider die nächsten 5 Tage, 4 oder 5 Tage, keine Videos mehr bei mir kommen werden, da ich einfach nicht da bin im Urlaub. Und ja, ich hoffe das versteht ihr. Ich habe ja schon, ich müsste lügen, ich glaube 250 Videos oder sowas schon hochgeladen. Ich glaube ihr findet noch so 10 oder sowas, die ihr euch in der Zeit anschauen könnt, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ja, ansonsten kann ich schon mal ankündigen, es wird die Tage einen, also sprich wenn ich wieder zurück bin, einen Trailer geben. Für ein Projekt auf einem anderen Kanal, aber ich habe den Trailer gemacht dazu und der ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Ist auf jeden Fall sehr schön, finde ich. Und ja, behalte den Kanal weiter im Auge. Es werden auf jeden Fall, sobald diese eine Woche oder diese 4-5 Tage rum sind, werden noch wieder ganz viele Sachen kommen. Und ja, also ich habe noch viel in der Hinterhand, viel auch schon aufgenommen, was ich noch nicht hochladen konnte. Ist jetzt eigentlich mein erstes Info- bzw. Ankündigungsvideo überhaupt. Was ich halt nicht hochladen konnte, vieles, weil ich einfach schon 4 oder 5 Sachen teilweise gleichzeitig mache und das wird dann einfach irgendwann zu viel. Aber ja, seid gespannt, behaltet den Kanal im Auge, abonniert mich, wenn ihr Lust habt, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner anderen Videos wieder. Tschüss!